Ich mache gerade ein Styling für unsere Mitarbeiter in der Produktion. Es gibt eine Vorrichtung, damit sie einfach nicht mehr so schwer laufen müssen. Mir gefällt am besten die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern. Es sind einfach alle sehr hilfsbereit und unkompliziert. Wir brauchen Teamfähigkeit, Ausdauer, Flexibilität und räumliches Vorstellungsvermögen. Bis bald! Wir freuen uns auf dich! Bis bald! Bis bald!